Moins und Freunde der Sonne, willkommen zu einer neuen Folge DizzyCast mit mir und einem fantastischen Gast. Und der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich denken, der nicht so tief in der Szene drin ist, wer ist das eigentlich? Das ist Jan Biermann. Jan, vielleicht möchtest du dich ganz kurz mal in 1, 2, 3, 4, 5 Sätzen vorstellen, falls man dich noch nicht kennt. Ja, erstmal Servus in die Runde. Ich würde ja sagen, danke Dizzy für die Einladung, aber ja, das war ja eher so ein Bewerbungsprozess hier bei uns. Nee, warte, ich muss kurz unterbrechen, du hast dich selber eingeladen. Ja, okay, dann danke für das Akzeptieren. Was aber auch völlig fein ist. Also Jansky hat den Pitch gemacht und du hast verwandelt. Ganz genau, ausgeführt. Nee, also ich bin Jan Biermann, ich bin 27 Jahre alt und die vielleicht schon ein bisschen länger Simracing verfolgen, die kennen mich so aus dem Jahre 21, 22. Da war ich noch aktiv oder aktiver als Fahrer unterwegs. Ja, mittlerweile ein bisschen zurückgezogen, mache Content für Rennwelten, leite da das E-Sports-Team und ja, ihr kennt mich vielleicht aus so Bereichen wie der Rennuni, um euch so ein bisschen was zurückzugeben. Das sind Coaching-Formate. Sie kennen mich vielleicht aus Film wie, das hätte mich abgeholt, hättest du das gesagt. Aus der Jansky-Doku, aus dem Jansky-Film, aus dem ausführlichen Gambalfilm, ganz genau. Ah ja, da sind wir ja schon fast nachher bei den Anfängen, wenn ich mich nicht recht entsinne, oder? Also wie bist du denn da so reingeschlittert in die ganze Sache? Simracing an sich oder die ACC-Schiene damals? Nö, so komplett von vorne bis hinten jetzt das ganze Programm, dass die Leute mal wissen, wie du da überhaupt reingekommen bist. Ah, wunderbar. Ja, so gestartet bin ich damals auf der PlayStation 1, da hat mein Onkel mir mal über ein Wochenende die PlayStation 1 mit Gran Turismo 2 mitgegeben. Ja, und dann ging das halt so los. Bisschen da rumgeschnuppert, bisschen Rallye gefahren, bisschen Formel 1 gefahren, bisschen Gran Turismo gespielt. Und ja, ich glaube, der Hauptpunkt war dann irgendwann Gran Turismo 4. Mega geniales Spiel, spiele ich heute noch gerne. Und dann ging das irgendwie so weiter über die Gran Turismo-Reihe. Irgendwann mal auf der Essen-Motorshow in so einem Simulator DTM Zandford gefahren, in RaceRoom für einen PC. Und das hat auf jeden Fall für die Top 10 gereicht und dann hat man diese VRP-Punkte bekommen, die man da gewinnen kann. Und das war der Start dann wirklich ins Online-PC-Sim-Racing-Thema, das ich dann dort gewechselt habe auf dem PC und dann ging es damals mit RaceRoom los. Das ist aber auch schon ein Weilchen her. Ja, und dann hat es sich halt irgendwie so weiterentwickelt, weiterentwickelt. Irgendwann kam ACC und dann bin ich, glaube ich, 2019 nach der letzten RaceRoom-Season auf ACC gewechselt. Und dann hat sich das halt so ergeben, wie es dann halt so immer weitergegangen ist, weitergekommen ist. Du bist, das ist so schön, dass du das jetzt so abgehackt sagst, weil danach kommt ja erstmal deine große Zeit eigentlich, oder? Also ich meine, wie alt warst du, als du dann angefangen hast mit Gran Turismo? 6, 7, 8? Oh, ich müsste, ich weiß gar nicht, wann es rauskam. Ja, kann ungefähr so der Zeitraum gewesen sein. Also hast du ja schon sehr früh begonnen. Und aus der RaceRoom-Zeit bist du dann, also hast du da schon wen kennengelernt oder bist du dann irgendwie aus Versehen irgendwo hingeschlittert? Ähm, ja, das wird ja jetzt so spannend, weil aus der RaceRoom-Zeit, da bin ich zu Jansky gestoßen. So früh? Also Jansky, wir haben uns in der RaceRoom-Zeit schon begegnet. Das war damals ein Rennen, damals über unsere Community, über die Keck-Community war es, glaube ich, vielleicht war es sogar noch davor, bevor es zu Keck wurde, irgendwo da in dem Bereich. Da war ein Community-Rennen mit Jadier und ganz vielen Gesichtern, die heute vielleicht auch gar nicht mehr da sind. Und da war ein Jansky dabei. Und warum auch immer dachten wir irgendwie, dass Jadier und Jansky irgendwie zusammen unterwegs waren. Ich weiß nicht, wie da das Gerücht da aufkam, aber das waren so die Anfänge. Das liegt auch schon echt ein Weichen zurück. Damals war das Duell Corvette C7 gegen den AMG GT. Also meine Wenigkeit ist die Corvette gefahren und Jansky ist immer mit dem AMG unterwegs gewesen. Das war eine sehr coole Zeit. Aber du schon im RIG und Jansky mit Controller? Ähm, Jansky immer mit Controller. Und ich damals noch, na, das war der Übergang, noch nicht direkt im RIG. Das war am Schreibtisch mit dem SG27, dann G29 an den Schreibtisch dran. Und irgendwann fing der Büroschulier an wegzurollen, dies und das und jenes. Und dann habe ich mir irgendwann eine Palette besorgt, die ich immer dann hingestellt habe. Habe die Löcher von dem Schreibtischstuhl ausgeschnitten und habe jedes Mal, wenn ich gefahren bin, den Schreibtischstuhl dann genau in diese Palette versenkt. Und, ähm, ja. So waren die Anfänge dann. Was, eine Europalette? Ja, so eine Europalette. Ich habe die ein bisschen gekürzt, weil die ist sehr hoch. Ja. Die war ein bisschen gekürzt und die Füße habe ich abgemacht und durch kleinere Füße ersetzt, damit ich nicht dann auch sehr hoch sitze. Da leider keine Bilder mehr von. Also wir reden hier von einer richtigen Europalette, ja? Also eine original große Europalette, die genorte. Die richtige, ja. Die hast du nicht unter den Schreibtisch gemacht? Die habe ich mir, naja, nicht ganz unter den Schreibtisch, sondern halt nur, die war halt wirklich dann auch vor einer Länge gekürzt. Ah, okay. So, dass sie genau unter den Sitz gepasst hat. Die Pedalplatte, die war ganz normal unter dem Schreibtisch. Und darauf geschraubt dann auf die Palette? Nee, nee. Die stand auf dem Boden und es ging nur darum, dass mein Schreibtischstuhl nicht weggerollt ist. Ha! Not macht erfinderisch. Ja. So Tennisbälle hätten es auch getan, wenn man die aufschneidet und dann darüber macht. Aber so pfiffig war ich damals noch nicht. Wobei, ich glaube, das rutscht mehr mit Tennisbälle. Meinst nicht? Also, ich glaube, man dreht die dann um und da drin ist ja dieses Gummi. Ja. Und dann, ich habe zumindest gehört, dass es diese Lösung gibt. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Vielleicht hört es ja hier wer. Vielleicht hat es ja mal wer ausprobiert. Wir brauchen Fotos im Discord. Falls das jemand mit Tennisbälle gemacht hat. Weil es gibt ja mittlerweile auch solche Untersetzer dafür. Da kannst du denn deine, da sind deine Rollen dann drin und dann stehst du auf dem Boden. Aber Tennisbälle? Naja. Du, aber Euro-Palette? Das holt mich ja jetzt richtig ab, Jan. Das holt mich ja richtig ab. Die war so angemalt, dass das noch ein bisschen besser aussieht. Weil ich musste dann ja auch im Zimmer die ganze Zeit rumstehen. Ich konnte die ja nirgendwo verstauen. Die war nicht zu groß. Alter, Alter. Okay, okay. In Design auch gleich mit durchgespielt. Nicht schlecht. Und wie geht es dann? Wie ist es von da weitergegangen? Ja, danach, chronologisch, ist es dann kurz vor Corona gewesen. Da habe ich dann einfach angefangen. Ich glaube, das allererste YouTube-Video war eine RaceRoom-Hotlab. Die einzige. Das erste und einzige Video. Und dann kam halt dieser Corona-Cut mit Lockdown und allem. Der YouTube-Kanal war, glaube ich, voraus im Januar 2020 irgendwie da um den Dreh. Und dann kam der Lockdown und dann fing das Ganze so mit YouTube-Twitch im März an. Und dann war ich den April fast jeden Tag live. Und irgendwann, und da kommt jetzt die Geschichte, ja, damals mit einstelligen Zuschauern, dass irgendwann so ein echt junger Knabe dann da im Chat war, der die ganze Zeit mitgechattet hat, erzählt hat, wie schnell er doch ist. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, was für ein Angeber. Ja, und das war kein Keringerer als Gambal. Der hat dann da immer fleißig mitgeguckt, bis tief in die Nacht. Also wer ihn kennt, weiß ja eh, dass er immer bis tief in die Nacht wach ist. Ja, und dann ging das so los. Bisschen geschrieben, bisschen gechattet und irgendwann dann auch mal zusammen im Discord gehangen. Und dann haben wir uns irgendwann verbündet und sind dann in einem Team gefahren und haben dann da angefangen, die ersten Liga-Rennen dann zu bestreiten. Also damals schon Endurance oder noch Sprint? Äh, beides. Also wir waren dann direkt ziemlich fleißig unterwegs. Jetzt müsste ich mal überlegen. Das Ganze ist jetzt vier, viereinhalb Jahre her. Ja, also der, echt auch komisch von der Vorstellung, weil ich war so 23 und Gambal war zu dem Zeitpunkt so 14. Und der Junge ist ja noch sehr, sehr jung. Ja, aber war einmal witzig, hat immer ganz gut gepasst. Und dann sind wir damals, ja, im Sprintformat und dann auch in der Langstrecke zusammen gestartet. Und Jansky war da jetzt dann auch schon mit dabei? Jansky war da auch schon mit dabei. Also wir sind damals für Kegsim Racing oder in dem Team Kegsim Racing gefahren. Und Jansky ist da quasi mit einem anderen Fahrer zusammen. Diese Zweierrennen haben immer gefahren. Aber ja, unsere Konstellation, die wir damals hatten, auch noch mit Jonas van Dreuten und noch ein paar weiteren. Die ist in dem Zeitraum dann auch entstanden. Ich warte eigentlich, wo du gerade Jonas sagst, dass er sich auch bald selber mal einlädt im Podcast. Da warte ich eigentlich noch drauf. Ja, ich habe da eine Idee am Ende, wie man das löst. Ah ja, okay. Ach so, das wird hier wieder so eine Empfehlungsgeschichte. Okay, ich lasse mich überraschen. Gut, fahren wir fort in der Chronologie. Ja, also es war auch echt cool, weil wir waren dann echt eine größere Gruppe. Sind dann zusammen gefahren. Und man muss sich mal vorstellen, also Jonas kennen wir auch nur über Digital. Und wir sind alle mittlerweile so eine eingeschweißte Truppe, die sich auch privat sehr oft dann im Jahr trifft. Und wir hatten dann einmal im Team einen Jonas van Dreuten und einen Niko Schätzke. Und die beiden, die sind früher viel Karrierebahn gefahren. Auch irgendwie deutsche Meisterschaften. Und wie auch immer das zustande kam, sind die auf diesen Events aber auch damals schon gegeneinander gefahren. Und also irgendwie hat sich da alles geschlossen. Das war schon echt ganz verrückt. Und also, ja, große Zufälle. Aber das ist jetzt schon zu Corona-Zeiten? Das ist so Mitte 2020 ungefähr. Okay. Und dann sind wir damals aus dem Team raus entstanden. Oder das hat sich dann so entwickelt. Das Team wurde immer größer. Und dann wurde damals ja bei Simgut der erste Simgut World Cup gelauncht. Also das erste wirklich große Endurance-Aufeinandertreffen von den großen Namen. Und dann hat sich unsere Kirmes-Truppe gedacht. Da gehen wir doch mal rein. Ja, und dann sind wir damals mit zwei Autos für Keksemerasing an den Start gegangen. Das eine Auto war unser Aston. Also Gambal, Van Dreuten, Philipp Kolatschi und meine Wenigkeit. Und das andere Auto war ein AMG mit Janek Hammer, mit Erik Nied, mit Jansky. Ich weiß gar nicht, ob die nur zu dritt gefahren sind. Könnte gut sein. Ja, und dann sind wir da in das große Feld reingegangen. Gegen die großen Namen. Gegen GTWR. Gegen Tobias Pfeffer. Gegen Schöniger. Gegen Niklas Huben. Und wie sie alle heißen. Also viele von den Namen, die man heute kennt, die waren damals schon da. Und so ging das dann los. Also da hatten wir echt eine sehr schöne Season. Weißt du noch, was ihr geworden seid am Ende? Wir haben den Silver Cup gewonnen. Also wir sind da echt sehr, sehr gut durchgekommen. Und das waren vier oder fünf Rände. Weiß ich gar nicht mehr genau. Ich meine vier. Wir hatten einen sehr, sehr starken, schweren Unfall auf Spar, der uns, naja, gut und gerne so siebeneinhalb Minuten gekostet hat, in Summe. Und wenn das nicht passiert, also vor uns war ein Unfall, wir sind dann da rein, Auto war kaputt, zurücksetzen, man durfte nicht zurücksetzen, hat dann noch eine SG30 bekommen, all solche Späße, Runde war nicht, war halt dann abgebrochen, die zählte dann ja nicht. Dann wären wir sogar Zweiter im Gesamt gewesen. Also wenn man die Punkte von allen zusammengezählt hätten. Und gleichzeitig halt dann ein erstes Auto im Silver Cup. Und das war echt ganz verrückt. Das ist ein richtig starkes Achievement. Das war auch ein richtig starkes Achievement. Damals konnte man auch noch so ein bisschen hier Setup bauen. Das war ja damals noch alles ein bisschen nachvollziehbarer. Aber wir waren halt stinken faul. Unsere Vorbereitung, wir haben uns kaum vorbereitet. Wir haben immer ein bisschen, meistens habe ich Setup gebaut. Und Quali war immer eine Katastrophe. Wir hatten nie ein Quali-Setup. Wir standen meistens irgendwo, ja, Platz 30, Platz 40 rum. Manchmal auch so Platz 25. Und dann im Rennen haben wir dann unseren Rhythmus gefunden und es ging immer nur nach vorne. Und da, Wahnsinn. Also was kann man da damals für Startstints gefahren ist, für Doppelstints gefahren ist, das war schon echt klasse. Ja, der kann glaube ich schon ein bisschen fahren, oder? Der Kleine. Wenn er mal Lust hat. Ja, absolut. Also als wir zusammen gefahren sind, das erste Team für die Sprintrennen hieß Biermanns Youngster Academy. Da war noch mehr drin. Und das Ziel war, den Jungen langstreckentauglich zu machen. Also der Junge ist wahnsinnig schnell, aber der hat damals halt keine Rennen beendet. Vor allen Dingen auch im Sprintformat, Sprintprogramm dann nicht. Und da ging es darum, dann, ja, ihn dann auch mal bis zur Zielflagge zu bringen. Und das haben wir da geübt. Und das hat im World Cup dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Das war damals ja eh noch ein bisschen anders. Da waren ja die Reifensätze begrenzt. Ja. Und viel strategischer. Das war echt eine coole Nummer. Da musste man auch gucken, wann fährt man welchen Reifen, wie oft oder wartet man erstmal, ob Regen kommt, weil dann spart man sich ja Sätze. Nicht, dass man dann noch einen Satz doppelt sendet und gar nicht muss. Das war schon eine ganz witzige Zeit. Also bist du quasi Gumball sein Vater im Simracing, könnte man sagen. Also du hast ihn quasi entdeckt. Ja, kann man so sagen. Ich sag immer, oder ja, wir verstehen uns sehr gut und sind ja auch viel unterwegs. Und ja, ich glaube, ich kann einfach als großer Bruder einfach durchgehen. Das ist ja cool. Also habt ihr auch so außerhalb jetzt heute noch was zu tun miteinander? Ja, absolut. Also wir sehen uns sehr regelmäßig. Ich bin auch regelmäßig da oder ab und zu ist er dann mal hier in der Gegend. Mittlerweile kann er ja jetzt sein. Oder darf er ja auch Auto fahren. Geht ja nicht um Können. Wir sind immer zusammen am Nürburgring. 24-Stunden-Rennen beispielsweise. Da sind wir dann mit 15 Leuten. Also auch seine Eltern sind dann immer da. Die haben dann da gecampt. Die waren sogar auch bei unserer Gruppe dann mit dabei. Und ich habe bei einem Kollegen mit Gammel zusammen dann im Wohnwagen gepennt. Also da sind wir dann auch an der Strecke unterwegs. Wir verstehen uns gut. Also es macht schon Bock. Das ist ja eine schöne... Also ist ja nicht mal... Na doch, es ist schon so ein bisschen eine Love-Story, oder? Ist das schon so eine kleine Liebesgeschichte eigentlich? Also ja, wenn man so über Geschwister spricht oder Brüder, dann ist da ja auch echt mal so ein bisschen hier, dass man sich so zankt. Jetzt nicht bis aufs Blut, aber natürlich, dass man sich auch gerne mal ärgert. Aber ja, wie das halt so ist. Wie man das halt so macht. Das ist alles Spaß. Macht schon Bock. Also jedes Mal, wenn er streamt, dann gehe ich in seinen Stream und dann kriegt er mal einen Kommentar. So, fahr mal schneller, du Milchschnitte oder solche Geschichten. Da kriegt er immer was zu hören. Ich weiß nicht, wie viele die Jansky-Videos verfolgt haben, aber Gammel war ja früher immer ein bisschen aufgedrehter. Ja. Hat da gerne mal ein bisschen rumgeschrien. Aber da ich dann angefangen habe, jetzt zu streamen, mussten wir immer ein bisschen aufpassen, was dann so im Hintergrund gesagt wird. Dass die Kraftausdrücke rausgingen. Und dann hat er angefangen, die Kraftausdrücke dann durch Hanuta, durch Milchschnitte, da gibt es ja dieses ABC-Video von Jansky. Da hat er dann angefangen, andere Wörter zu verwenden. Und dadurch ist das dann halt zustande gekommen. Das würde uns mittlerweile immer so einen kleinen Spaß draus machen. Das ist doch mega cool. Aber ich höre raus, dass du noch nicht ganz am Ende deiner Reise gewesen bist. Weil wenn man jetzt so dein Shirt sieht oder dein Hoodie, bist du ja jetzt woanders. Ist ja nicht mehr keck. Sim-Racing. Ja, das stimmt. Also wir sind in den World Cup, wenn wir da einfach der Zeit nachgehen, sind wir dann ja zu Ende gefahren. Sind da, wie gesagt, dann am Ende Silver Cup Meister geworden. Und danach ging es dann so weiter. Jetzt müsste ich mal chronologisch ein bisschen sortieren. Das war dann ungefähr der Zeitraum, in dem dann auch Lilac gegründet wurde. Also eine Community von Lukas Lohr. Da gab es damals auch viel Preisgelder. Da sind wir dann am Start gewesen. Und irgendwann hat sich das Ganze dann ja zu Rennwelten verwandelt. Damals sind wir dann mit unserem Team dann als Keck-Sim-Racing-Team auch zu so einem kleinen Botschafter-Team für Rennwelten geworden. Das war noch so ein Zwischending. Und das war dann auch grob der Zeitraum, in dem der zweite World Cup dann angekündigt wurde. Also 2021. Da sind immer noch so ein lilanes Auto gefahren, wie im Jahr davor. Ein bisschen angepasste Livery. Damals ist der Philipp Kolacci abgesprungen. Und dann waren eigentlich nur noch Jonas van Deuten, Gambal und ich. Und dann haben wir uns überlegt, so was machen wir? Wollen wir da wieder fahren? Wie wollen wir das anstellen? Denn alle entwickeln sich ja auch weiter. Und ja, zu dem Zeitpunkt gab es so einen, ich will jetzt nicht sagen Singleplayer-Youtuber-Content-Creator mit so einem roten Porsche. Der da irgendwie eine ganz gute Kurve hingelegt hat. Wo die Zeiten immer fixer wurden. Und wir haben dann immer so ein bisschen da so ein Auge draufgeschmissen. Und dann haben wir uns irgendwann im Voice verabredet und haben gesagt so, wieso fragen wir einfach nicht mal Mavics, ob der jetzt nicht mal Lust hat zu fahren. Ja, und dann haben wir es gewagt. Und dann war damals erst noch ein bisschen so, ah, online und jetzt hier durchstarten. Und dann bei dem Feld. Ich will jetzt nicht sagen, war ich unsicher, aber auf jeden Fall so zumindest ein bisschen überlegt. Aber dann ist da das Wagnis eingegangen und dann sind wir quasi in der Vierer-Truppe auch im zweiten World Cup dann an den Start gegangen. Ja, und so ging das dann quasi auch für Mavics auf die große Bühne des SimRacings. Also auch da noch die Finger im Spiel gehabt, ja? Also auch da noch die Finger im Spiel gehabt, ja. Ja, ja, ja. Das war ein bisschen zweigleisig, weil Jonas von Dreuthen hat da auch noch ein eigenes Team, Garage 991. Ja. Und damals war der Deal, dass wir Endurance alles dann über das Rennwelten Ambassadors oder Kek Ambassadors Auto dann gemacht haben. Und alles im Sprintformat ist Jonas dann für Garage 991 gefahren. Also Sprintrennen und Co. ist er dann mit Mavics auch bei G991. Und Endurance sind wir dann halt zusammen gefahren, ja. Und dann hatten wir da die Season 4s. Das waren damals fünf Rennen, zwei 24er, drei 12-Stunden-Rennen. Und da fing es so langsam an, dass es bei mir mit der Arbeit dann ein bisschen kritisch wurde. In der Season bin ich dann nämlich schon nur noch die zwei 24-Stunden-Rennen gefahren und gar nicht mehr die drei 12-Stunden-Rennen. Das war ein bisschen schade denn. Was habt ihr gemacht am Ende? Weißt du das noch? Für eine Position? Ja. Ich müsste mal ein bisschen kramen, ohne dass das jetzt falsch klingt. Aber die drei 12-Stunden-Rennen, ich meine, wir waren immer so um Platz 30. Wir hatten irgendwie disconnect, wir hatten ein paar Problemchen. Es hat nie hingehauen. Und es hat wirklich nur in den Rennen geklappt, in denen ich dann blöderweise auch da war. Das war das 24-Stunden-Sparrennen. Da sind wir insgesamt auf Platz 5 ins Ziel gekommen. Obwohl der blöde Biermann eine DT aufspar hatte, weil er einen Porsche bis in alle Unendlichkeit im Reifenstapel versenkt hat. Ei! Und am Nürburgring sind wir 9. geworden. Dann, ich glaube, am Ende war es dann irgendwie Top 15, Top 20. Ganz genau weiß ich das nicht mehr. Ja, das war aber dann auch damals in dem Sparrennen auch der Zeitpunkt, in dem dann so der Strategiemann-Name geboren wurde. Das weiß ich auch noch ganz genau. Und also um das kurz auszuführen, warum ist das jetzt dein Name und warum hast du ihn so viele Jahre? Also irgendwas musst du da ja quasi gut machen. Ja, also ohne den Dreien jetzt zu nahe treten zu wollen, aber die sind sehr gut gefahren, kamen da auch gut rum. Oder sind da halt dann gut mitgefahren, gut Pace gehabt, aber alles drumherum, was machen wir jetzt? Die strategischen Komponenten, Reifensparen, Reifendrücke, all solche Geschichten sind dann immer bei mir zusammengelaufen. Was hin und wieder ein bisschen schwierig wurde, weil ich quasi gefahren bin und mir dann selbst überlegt habe, zusammenreimen musste, was wir jetzt als nächstes machen. Was halt viel einfacher ist, wenn man halt gerade nicht fährt. Ja, und da habe ich mir dann immer so die Strategien und Schlachtpläne überlegt. Und auf Spar hat das sehr gut funktioniert, das weiß ich auch bis heute noch. Also der Mavic, der hat es ja auch dann schon gesagt, also dann einfach im Stream gelobt hat, dass die Reifendrücke in diesem Rennen, die waren immer perfekt. Es hat immer alles gepasst. Die Strategie war gut und wir sind einfach sehr gut in dem Rennen vorgekommen. Und am Ende waren wir irgendwie siebter, konnten noch fünfter werden. Dadurch mussten wir aber noch irgendwie strategisch dann irgendwie so einen kleinen Kniff dann machen. Und am Ende kam Regen, viel Regen. Wir mussten irgendwie in dieses Boxenwindow auf Spar reinfahren, um nicht doppelt zu stoppen. Und dann hatte Jonas den Husarenritt vor sich und musste auf Slicks dann ins sehr Nasse fahren. Dadurch haben wir uns aber einen Stopp gespart und wurden dann am Ende fünfter. Und dann hatte irgendwann, damals wäre bei Mavic SimStream dann Strategiemann geschrieben. Und dann haben wir den Strategiemann damals aufgenommen. Oder manche haben auch Strategiermann, wegen meinem Nachnamen. Ah ja. Das haben wir dann genommen. Aber ich habe es dann irgendwann, oder wir haben uns dann auf Strategiemann geeinigt. Das ist ein bisschen einfacher. Aber so ist das Ganze dann halt geboren. Also ich meine, Shiro existiert nicht umsonst. Ja. Muss man einfach sagen, der existiert nicht umsonst. Nee, nee, der hat zu tun. Nicht wenig. Schöne Grüße gehen raus. Aber du, es ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, im realen Leben ist das ja nicht anders, ne? Da sind die Fahrer zum Schnellfahren da und der Rest sitzt in der Box und, äh, also sitzt in der Box und macht das auch drumherum. Ja, genau. Und damals war das so eine Doppelkomponente. Ja. Und habe dann wirklich auch versucht, immer 24 Stunden da zu bleiben. Und ich einfach irgendwann an einem Punkt dachte ich so, ach, traust du den jetzt oder traust du den jetzt nicht? Und da gibt es noch eine ganz gute Story vom Nürburgring. Das war dann auch ein 24er. Da sind wir am Ende neunter geworden. Da war ich, ja, so knapp 22 Stunden vorm Rennen da und dachte wirklich am Morgen, ich bin auseinandergefallen, so, ich muss jetzt mal kurz zwei Stunden nächtigen. Ja. Und, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zeit auf der Uhr war. Auf jeden Fall hat Scambal dann in seinem Stint geschafft, sich eine DT einzufahren, weil er den Stint-Timer überzogen hat, weil er am Nürburgring dachte, dass er mit drei Minuten, schlag mich tot, Restzeit, noch zwei Runden. Fahren könnte. Das natürlich nicht geklappt hat. Da steht man echt auf und dann habe ich mich wirklich geärgert, dass ich schlafen gegangen bin. Das weiß ich auch bis heute noch. Wie kann man denn mit drei Minuten Restzeit bei einer Rundenzeit von eins, sagen wir mal 53, zwei Runden fahren? Ja, also, ja. Scambal, Mathe? Eh? Mag ihn lieber nicht, da ist in Mathe keiner zu Hause. Da ist in Mathe keiner zu Hause? Nee. Okay. Sollten wir das vielleicht mal vorrechnen kurz, so als Rechenbeispiel? Also, ich meine, 1,51 oder 53, dann sind wir ja bei 106 Sekunden. Zwei Minuten wären 120, das heißt, 17 Sekunden sind ja jetzt weg dann nachher. Und wir bräuchten ja bei den drei Minuten sind wir ja bei 180 Sekunden. Wie funktioniert denn das? Das weiß nur der liebe Gott. Tja, Scambal, das musst du uns mal irgendwann vorrechnen, wenn du nochmal hier bist, wo du die Zeit finden wolltest, bei über 200 Sekunden Warteil. Aber gut, der ist wahrscheinlich auch müde so, das darfst du ja auch immer nicht vergessen. Also, ich meine, ich glaube, sowas kann man niemandem vorhalten. In einem 24er? Nee, also zumindest nicht als Fahrer, dann ist es halt vielleicht ein oder zwei Fahrer noch dabei, die dann halt im besten Falle ansagen, noch drei Runden, noch zwei Runden jetzt in die Box. Naja. Die haben wir mitgenommen, die Strafe. Das war eine taktische. Eine taktische Strafe, okay. Damals war das eh alles noch ein bisschen anders. Bei Simgert gab es damals sehr, sehr heftige Strafen. Also da war echt, wenn du einen drehst, gibt es halt direkt eine DT. Da wurde sehr stark auf die Finger gehauen, obwohl da damals auch sehr viel geholzt wurde. Aber ist ja auch gut, wenn da harte Strafen sind. Ja, solange dann halt eine Linie durchgezogen wird. Es ist halt, man tut sich ja immer schwer, wenn dann plötzlich 15 Sekunden bei wem anders aufplöppen oder, ja, wenn es dann da nicht mehr so ein gleiches Strafmaß gibt. Na gut, das weiß ich jetzt nicht. Das sind so Dinge, da beschwert man sich ja immer drüber. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da beschwert sich jedes Team drüber. Am Ende. Absolut. Und wie ging es von dort an weiter? Also das ist ja schon, also ich meine, eine stabile Reise, aber da bist du ja auch immer noch nicht an deinem Ziel, wo du heute bist, angekommen. Nee, danach war es 2021 irgendwann zu Ende. Und dann kam der Moment, an dem es vielleicht, ich will jetzt nicht sagen Meinungsverschiedenheiten gab, aber irgendwie hat sich das Ganze dann abgespaltet mit Van Dreyten. Dass wir gesagt haben, so noch eine Season wollen wir irgendwie jetzt nicht zusammenfahren. Dann hat er einen anderen Weg eingeschlagen. Gleichzeitig ist er dann aber auch mit Mabix zusammen. Abgebogen. Heißt, dann hat sich das so ein bisschen getrennt. Die beiden sind dann damals bei K. Kremer untergekommen oder da wurde dann ja das E-Sports-Team gegründet. Gambal und meine Wenigkeit sind dann wirklich nur noch als Rennwelt in E-Sports durch verschiedenste Serien gefahren und waren dann auch noch eine Season SLO unterwegs. Dann sind wir dann 2022 nochmal SLO gefahren, nochmal im Ästen. Dann nochmal mit ein, zwei anderen Fahrern. Die Saison war dann aber auch relativ durchwachsen. Die Felder wurden immer stärker und ja, Rennen liefen auch nicht so gut. Und nach der Saison ist Gambal dann ebenfalls abgewandt. Und ja, wir haben uns angefangen, dann Rennwelt in E-Sports ein bisschen neu zu strukturieren, anders aufzumachen. Damals war dann ja wirklich nur ein Auto und wir haben dann halt geöffnet, wollten das viel auf die Community auslegen, haben dann da aus einem anderen bestehenden Team ja so ein Team-Merch gemacht, haben gleichzeitig auch das Youngster-Team ins Leben gerufen, wo dann immer wieder neue aus der Community reinkommen, die wir dann gezielt gefördert haben. Das gibt es ja bis heute noch. Ja, und so kam dann eben auch eine ganz neue Dynamik, eine ganz neue Teamstruktur dann da zusammen, die sich dann ja mittlerweile ganz gut entwickelt hat. Aber ja, mittlerweile sind da eh nochmal ein paar andere Sachen passiert. Da waren wir dann so im Jahre 22. Hast du, Henrik, deinen Segen gegeben? Also das Ende war ein bisschen schwierig, sagen wir mal so. Da hat es dann angefangen auch zu kriseln. Wir sind Rennen gefahren, da gibt es auch noch tollen Jansky-Content, wo wir uns dann wirklich da im Rennen ein bisschen angezickt haben. Und, ähm, ja, dann kam einfach irgendwann so, ja, achso, so eigentlich, ich gehe jetzt gleich offline, achso, jetzt, was ich noch sagen wollte, ich bin nächstes Season dann auch weg, so habe ich es dann irgendwie erfahren. Ja, der Klassiker. Und dann am besten danach gleich auflegen, drücken, damit die Diskussion gleich unterbunden wird. Genau, dann war es schnell weg. Nee, also, verfein, ich habe ja auch zu allen noch ein gutes Verhältnis. So ist es ja nicht. Er hatte da seine Gründe für, auch ein paar Argumente, wie er sich dann da weiterentwickeln möchte. Von daher war das fein. Und, ja, ich habe das ja auch eben schon mal gesagt, also über die Arbeit, ich bin halt oft am Wochenende dann nicht da oder ich kann auch nicht immer konstant irgendwie Seasons durchfahren, weil ich auch dann durch die Spätschicht immer mal nicht da bin. und, äh, das ist halt dann blöd, wenn man mit jemandem im Team fährt und der ist dann so oft nicht da. Also, da waren teilweise dann Rennen dabei, dann musste ich dann mal drei Stunden alleine am Anfang fahren, bis ich dann mal zurück war. Und das ist halt Quatsch, wie er sich dann da weiterentwickeln wollte, auch mit welchen Leuten, war das halt dann alles total fein, dass er dann da halt auch das Team gewechselt hat. Was ist denn dein Job, wenn ich zwischendurch mal fragen darf, also falls das okay ist? Ich, äh, bin aktuell als Werkstudent im Krankenhaus tätig, also es ist ja dann so eine 80-Stunden-Teilzeit oder Halbtagsstelle und gleichzeitig mache ich, äh, noch meinen Wirtschaftsinformatik-Abschluss gerade fertig und dazu kommt dann noch alles, was ich, äh, rund um Rennwild mache. Warte mal, du bist im Krankenhaus Werkstudent, aber dann in der IT dort oder? Einfach an der Aufnahme. Ah, okay. CK machen, also in Gedöns. Okay. Das ist ja interessant. Musst du dann auch in eine Universität und so? Ist eine Fachhochschule hier in Gelsenkirchen. Also, ja, kann ich hin. Hab mir aber auch mittlerweile viel angeeignet, das dann einfach selbst nachzuarbeiten, dieses Vorlesungskonstrukt. Bei manchen Professoren gefällt mir nicht ganz so dolle. Also, wenn es halt wirklich eine Vorlesung ist, wie in Wortlautheit heißt, dann kann ich es halt auch einfach lesen. Aber, ja, zieht sich auch ein bisschen. Ich meine, viel um die Ohren, dann schafft man natürlich nicht immer den kompletten Workload. Dann schreibe ich halt meist ein paar Klausuren weniger. Dadurch dauert es ein bisschen länger. Aber dann, irgendwie muss das ja auch alles dann dreigleisig parallel laufen. Du fährst drei Kreise? Was ist denn noch von Gleis offen? Ja, die Rennweltenschiene, die Krankenhausschiene und die Studiumschiene. Ach so, okay, du, das, okay. Alles klar. Du trennst das auf, okay. Ja. Wie lange bist du jetzt am Studieren schon? Ach, schon ein Weilchen. Schon ein Weilchen, auch schon vor Corona, weil ich davor schon Maschinenbau gemacht habe, aber dann nochmal umsatteln wollte. Weil ich dachte, ja, irgendwie Wirtschaftsinformatik gibt mir für das, was ich vielleicht später mal machen möchte, da ein paar mehr Möglichkeiten. Und passt aber auch zu dem ganz gut, was ich dann halt aktuell so im Hintergrund treibe. Das ist doch eine perfekte Brücke. Was treibst du denn aktuell im Hintergrund? Wenn dir, also nach der Renovierung des E-Sports-Teams, was hat Jan Biermann dann angefangen? Wenn Jan Biermann jetzt nicht fährt, wo hängt er denn überall drin? Und wozu brauchst du Wirtschaftsinformatik? Na, was ich im Hintergrund mache, Wirtschaftsinformatik sind dann ja eher so Geschichten unternehmensintern, aber was ich bei Rennwelten halt hochgezogen habe, war damals die Rennwelten-Rennuni. Also jeden Montag dieses, ja, Live-Coaching-Format, wie so eine digitale Fahrschule halt für jedermann, wo jeder einfach in den Discord-Voice kommen kann und wir dann da einfach zusammen bestimmte Themen dann immer durchgesprochen haben. Das war sogar anfangs sogar zweimal. Das lief eigentlich zwei, zweieinhalb Jahre ununterbrochen durch. War auch fast jedes Mal da. Und dadurch habe ich mich einfach so ein bisschen weiterentwickelt, habe dann damals angefangen mit immer mehr Coachings, dann die Spezialisierung quasi auf Setups, also mittlerweile läuft die Rennuni ja komplett über Johann Stephan. Die habe ich dann ein bisschen abgegeben. Kümmer mich halt dann jetzt vor allen Dingen um die Setups, die wir halt im Shop anbieten. Also das ganze Aufwand drumherum. Gleichzeitig natürlich dann Content für YouTube oder halt als Content-Creator und natürlich als Chef im E-Sports-Team. Ja, gleichzeitig haben wir ja auch immer noch sehr oder recht viele Realevents, die wir im Jahr dann einfach über Rennwelten abwickeln. Und ich habe mich dann ja recht früh in Mendig dann auch mal in so ein Rennauto gesetzt. Dann da beim Jörg, also bei Jörg van Om. Und das war damals ganz cool, weil das Feedback, was ich bekommen habe, also da sind oft Kunden, die einfach dann die Autos fahren, die aber nicht über Simracing kommen oder die auch sonst mit Motorsport vielleicht nicht so viel an der Browser haben. Und die tun sich natürlich schwer. Ja, wenn du aber aus dem Simracing kommst und in dieses Auto gehst und eigentlich ja nur ein bisschen visuell hast und das Feedback im Lenkrad, dann kann man das alles sehr schön umsetzen, weil du plötzlich noch so eine Popometer-Komponente hast, die du noch fühlst. Also du kriegst eigentlich viel mehr Input, als du im Simulator gewohnt bist. Du kannst das sofort umsetzen. Und da hieß es dann auch direkt so, normalerweise geht es um Sekunden. Und die waren total überrascht, dass es hier dann um Zehntel geht, die man dann dann auch finden kann, weil halt einfach die Basics stimmen. So habe ich mich dann halt eben in Mendig dann auch als Instruktor so ein bisschen ausbilden lassen und sitze jetzt auch hin und wieder bei Events in Mendig oder auf Track Days oder wo auch immer dann mal, vor allen Dingen als Beifahrer im Auto, aber auch manchmal dann als Fahrer dann, um ein bisschen Input zu geben, was man da so tun kann. Das ist vor allen Dingen die Komponente, die mir aktuell sehr viel Spaß macht. Deswegen auch der Helm im Hintergrund. Deswegen auch der Helm im Hintergrund, genau. Das ist quasi dein Helm jetzt. Genau, den Mantel Porsche, den habe ich aber nicht kaputt gefahren. Den hat wer anders kaputt gefahren. Achso, das ist ein Teil vom Porsche, oder was? Das ist ein Teil vom Grello, ja. Okay, also bist du auch Team Grello, nehme ich an. Ja, schon. Also ich bin fairerweise, ich bin absolut, ähnlich wie das bei Gambal war, bei der Folge, absoluter Motorsportfan. Also seit klein auf gucke ich eigentlich die Rennen. Gambal ist ja auch sehr Formel 1-lastig unterwegs, wobei der guckt ja auch alles an Serien, die so laufen mittlerweile, hat er ja auch gesagt. Und bei mir war das sehr klar, relativ früh klar, dass ich die Nürburgring-Langstreckenserie, die VLN oder mittlerweile NLS halt sehr cool finde. War 2010 das erste Mal da. Da fuhr ja auch schon der Mantel Porsche, aber damals hieß er noch der Dicke. Da war der ja außen gelb und die Motorhaube vorne war grün und eigentlich komme ich aus der Zeit, wo er noch der Dicke war und irgendwann ist er dann ein paar Jahre nicht gefahren und dann kam der Mantel Porsche wieder und dann ist er jetzt halt ein bisschen moderner geworden und seitdem heißt er ja Grello. Aber eigentlich war ich schon der Mantel-Fan, als es halt noch der Dicke war. Also kein Erfolgsfan wollte ich sagen. Aber ich wollte gerade sagen, kein Erfolgsfan dann. Und wo kam das Teil her? Also wo hast du das gesnackt? Lagt das irgendwo rum? Das habe ich geschenkt bekommen. Und zwar kommt das aus dem, ich meine 17 war das. Also normalerweise ist das ja immer ein bisschen kritischer, an solche Teile zu kommen. Deswegen, ich habe es geschenkt bekommen. Ich war jetzt nicht selbst gerade an der Strecke oder habe es dann da irgendwie aufgabeln können. Aber das war wohl in dem Jahr, in dem das Auto eh nicht so gut lief. Und da gibt es wohl auch eine ganz nette Geschichte zu. Und die haben getestet und getestet und getestet. Und dann war die NLS schon vorbei und die wollen ja wirklich dann immer beim 24er gut abschneiden. Also hatten die noch einen Testtag auf der Nürburgring-Nordschleife, halt privat. Dann sind die gefahren, gefahren, gefahren. Und dann zogen sehr dunkle Wolken auf. Und dann hieß es wohl wirklich, ja jetzt kommt hier die Regenfront, es macht jetzt keinen Sinn mehr zu fahren. Und dann so der klassische Teil so, der Ingenieur sagt, wir brauchen noch diese Runde, die muss sitzen, anders geht es nicht nach dem Motto. Und dann ist er halt noch gefahren und dann hat halt der Regen eingesetzt und jetzt habe ich halt die Brocken hier. Okay. Also es war eine teure Runde, die da noch unbedingt gefahren werden musste. Naja, das ist halt Motorsport, nicht? Ja, so sieht es aus. Jetzt habe ich hier dieses Teil liegen, was den Herrn van Dreyten sehr neidisch macht. Der wird da wahrscheinlich fast sein letztes Hemd für geben. Okay, also kannst du das vielleicht mal für Menschen wie mich erklären, was das so besonders macht, dass das da steht? Also könntest du mir jetzt so von der Brust weg erklären, was das Teil mit dir macht, dass das da steht? Schwierig. Also ich finde es halt, ich glaube diese Seltenheit macht es halt einfach. Weil wahrscheinlich gibt es kaum jemanden, der von diesem Auto irgendwie so einen Teil da hat. Weil die Teile, wenn die kaputt gehen, die eigentlich bei Mantai oder bei Porsche dann landen. Wahrscheinlich steht morgen hier der Mantai Umzugstrupp und will die Klamotten an ihr einsammeln. Wer weiß. Nee, aber der Jonas für den Hintergrund, der sammelt sehr viele Modellautos. Also der hat wirklich die komplette Bude voll mit Spark 1 zu 18 Modellen. Und ganz viele besondere Autos, ganz viele besondere Teile zum Teil auch und sehr viele Fahrzeuge. Und der hat natürlich auch hier die Kiste dann da stehen. Und der kombiniert das Ganze dann. Also oft steht dann da ein Auto und dann ist da vielleicht noch dahinter ein Bild. Oder wie er das dann so angeordnet hat. Das sieht alles auch sehr, sehr schön aus. Und da wird sich natürlich so ein Teil dann auch sehr gut in der Sammlung machen. Was wahrscheinlich hier den Wert dann für ihn so ein bisschen ausmacht. Okay. Für mich ist das jetzt schwer greifbar an der Stelle. Also nicht mal von einem Auto, was ich jetzt persönlich feiere. Also wenn jetzt beispielsweise, ich habe ja mit Tim Heinemann ein relativ gutes Verhältnis. Wenn der mir jetzt sagen würde, willst du hier einen Teil vom Porsche haben, gucke ich ihn an. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, was soll ich damit? Ich meine, ist das doch in Müll oder? Also, hä? Könnte ich halt auch nichts mit anfangen. Das wäre doch mal, ich weiß gar nicht. Kann man in den Kommentaren eine Umfrage machen? Also so Schrott-Sammler oder keine Schrott-Sammler? Naja, was heißt Schrott? Also ich glaube, das ist ja, also Schrott ist es ja nicht, weil es hat ja einen emotionalen Wert. So, aber jeder bestimmt ja emotionale Werte anders, ne? Teile-Sammler. Ja, oder Teile-Sammler. Also ich würde es jetzt nicht Schrott nennen. Also ich kann das schon nachvollziehen. Also ich meine, Le Mans letztes Jahr, als das Rennen vorbei war, war ja, also die Rennstrecke wird ja komplett leer gestrippt. Da wird ja alles mitgenommen. Ich nehme alles mit. Ja, ich glaube auch, dass der große Teil wirklich so Teile gerne zu Hause hat. Also die ich so kenne aus dem Bekanntenkreis. Oder ich bin halt ja auch jedes Rennen, was ich dann irgendwie Zeit habe, bei der NLS eben, dann da unterwegs, auch mit dem Jansky. Dann wir filmen da ja auch dann viel mit unserer Media-Akkreditierung. Ich liebe es auch einfach da. Und was die Leute an alten Reifen und gebrochenen Felgen und an Teilen da von den Teams mitschleppen. Also die greifen sich ja wirklich alles, was man da an so einer Rennstrecke bekommen kann. Geht ja mit dem Merch genauso. Also die ganzen Kulis, die ganzen Caps, die ganzen Beutel. Es wird ja alles von so einer Rennstrecke mitgenommen, was irgendwie als Andenken mitzunehmen ist bei vielen Fans. Eint ihr vielleicht nicht, wenn ich den Gesichtsausdruck so sehe? Nee. Also ich habe dieses Fantum, das ist bei mir halt nicht. Also zum Beispiel letztens, also vor zwei, drei Tagen war Tim bei mir zu Besuch, weil wir was gemacht haben zusammen, also content-technisch. Und die Leute, also wirklich ein, zwei Leute aus dem Team so, boah, krass, ich bin voll neidisch. Und denke mir halt immer so, hä, das ist doch auch einfach nur ein Typ, der an so einem Lenkrad kurbelt und Gas gibt. So, ne? Der schwitzt und scheißt genauso wie alle anderen. Und bei mir ist das nicht so extrem. Oder was heißt extrem? Bei mir ist das einfach nicht ausgeprägt. Was aber auch nicht schlimm ist und ich würde auch niemandem einen Vorwurf machen, so wie dir jetzt, ne? Dass du das Teil da hast. Wenn das für dich einen emotionalen Wert hat, hat das einen emotionalen Wert. Was bei mir immer verrückt ist, also viele Freunde machen dann auch gerne Fotos irgendwie mit den Fahrern oder Unterschriften oder all solche Sachen. Und diese Komponente habe ich auch irgendwie komplett verloren. Also die Fahrer laufen da oft lang oder vielleicht spricht man auch mal einen Satz. Ich finde, das gibt mir einfach viel mehr und bin dann da unterwegs. Aber auch wenn man die Leute dann immer mal wieder oder häufiger sieht, dann bin ich auch mittlerweile so, dass ich immer verwundert bin, wenn die Leute dann noch, kannst du hier nochmal ein Foto machen und dann da ewig Stunden stehen für vielleicht so eine Autogrammkarte oder so. Das sind dann so Sachen, die ich dann halt zum Beispiel nicht ganz so, ja. Also ich fotografiere die nicht mal mehr. Ja. Also wenn ich an der Rennstrecke bin, fotografiere ich mehr die Leute aus der Box, die Mechaniker, Renningenieure und Teamchefs als die Fahrer selber. Weil ich das auch, also es ist wirklich cool, was die machen und ich ziehe meinen Hut davor, weil irgendwie fehlt der Rest hinter diesen Menschen, der fehlt halt immer. Also ich zum Beispiel bin ein Riesenfan von den Mechanikern von Peugeot. Die sind einfach, die sind so geil drauf, die sind so cool, die feiere ich mehr als die Fahrer und das sage ich jetzt hier auch einfach. Die feiere die mehr als die Fahrer oder den Renningenieur. Ohne die läuft es halt nicht und die kriegen es eigentlich viel zu wenig zu hören. Aber die werden oft, glaube ich, nicht genug gewürdigt. Steht halt immer nur eine Person vorne. Von den Fans, ja. Also ich denke, der Fahrer selber und die Teams schon, ja. Das denke ich auch. Für mich ist immer noch das Highlight wie der eine Porsche-Mechaniker. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Rennen das war. Ja wirklich, der hat Rad abmacht mit einer Hand und in der anderen Hand einfach die komplette Felge mit Reifen dann hat und die einfach gleichzeitig dann aufs Auto gesetzt hat. Da gibt es einen echt coolen Clip. Aber alleine diese Kraft dann da mit einer Hand den einen Reifen zu packen und mit der anderen den anderen Reifen drauf zu stecken. Das war echt ein sehr cooler Moment. Also ich meine, du wirst ja wahrscheinlich neben Boxenstopp schon x-mal nebengestanden haben. So gehe ich von aus. Das ist so einfach Magie. Bei der NLS, wir sind ja viel bei der NLS, da ist es ja alles ein bisschen entspannter. Die haben ja da die Mindeststandzeit pro Runde, die gefahren wird. Heißt, dementsprechend stehen die dann da zwei, zweieinhalb Minuten. Und durch die, ja, unterschiedlich, die ist ja eine normale Zapfsäule auch einfach. Aber da ist dann halt alles ein bisschen entspannter. Aber wenn man dann andere Serien guckt, da alles in 30 Sekunden auch in einem GT dann kompletten Fahrerwechsel zu machen oder halt in anderen Bereichen ja noch schneller, das ist ja krank. Also Le Mans hat mich richtig abgeholt. Nachts, Junge, was die da Betrieb gemacht haben, also in was für einer Zeit. Also das war richtig insane. Aber noch, also die krassesten Boxenstopps sind, glaube ich, einfach Formel 1 ist, also Formel 1 ist krass, ne? Aber es sind halt viele Leute so, ne? Einer hebt an, einer nimmt weg und also das geht ja wirklich ruckzuck. Das ist auch, das ist, äh, nen, nen, wie sagt man, nen, nen Uhrwerk. Aber die krassesten Boxenstopps sind einfach Nesca, Alter. Aber ohne Zentralverschluss. Ey, also fünf Roten, Biu, 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 Biu. Wieder rauf, nebenbei tankt schon einer, Rüssel raus, damit er wieder in Reifen, Rüssel wieder reinuelt, Biu, 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 Biu. Das ist einfach insane. Ja, also ich finde auch einfach Cars ist und bleibt der beste Film, den, den es da draußen gibt. Und da ist es ja das gleiche Spiel dann da. Ich liebe einfach den Film und dann auch da mit den, mit den Muttern bei den Boxenstopps. mittlerweile ist ja alles ein bisschen anders, aber das war schon immer, das war schon richtige Bänger. Ja, bei Trucks ist es noch so, äh, Xfinity Xfinity hat, glaube ich, auch schon zentral und, äh, Cup sowieso, also ich glaube, es ist nur noch ein Truck, oder? Wenn ich mich nicht recht entsinne. Letztes Jahr war Xfinity auf jeden Fall noch ohne. Ja? Aber dieses Jahr weiß ich's nicht, da habe ich, dieses Jahr habe ich's nicht ganz verfolgt. Irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass die das auch weggemacht haben oder weggemacht werden soll. Irgendwie sowas schwirrt in meinem Kopf, aber vielleicht weiß das ja jemand in den Kommentaren. Das wäre, äh, gut zu wissen. Nicht, dass hier... Ja, du hast ja auch so ein bisschen den SK-Sport für dich entdeckt. Also ich gucke nicht jedes Rennen, aber ich gucke zwischendurch auch ganz gerne mit Freunden und ich, äh, fühle das auch sehr. Ja, ich gucke fast jedes Rennen, außer die laufen mitten in der Nacht, aber dann gucke ich mir die Übertragung nochmal, äh, an. Also jetzt Watkins Glen zum Beispiel, habe ich leider nur die letzten vier Runden gesehen oder so, und die waren richtig geil. Ja, da war auch eine Menge los. Ja, Schäme von Giesberg ist schon ein kleiner Frechdachs, muss man sagen. Aber ich finde das, äh, finde das cool, dass jetzt GT-Fahrer oder, ja, sag ich mal, Rennfahrer, Rennfahrer Nesca fährt. Das wird interessant. Ja, ich komme auch noch aus der Zeit, als er quasi die V8 Supercars gefahren ist in Australien und ein Megatyp. Die Serie ist auch einfach geil. Die machen da so coole Rennen. Da bin ich immer sehr neidisch. Also V8 Supercars, Nesca gucke ich ganz gerne. WC finde ich jetzt wieder ein bisschen spannender, wobei mich da das GT-Format stört. Also ich bin gar kein Fan von dieser, von dieser Pro-M-Regelung. Das, äh, stößt mir immer ein bisschen auf und ansonsten wird halt wirklich alles geguckt, was so an GT-Sport, an Formel-Sport dann, äh, gerade läuft. Also du hast es ja bei Gamble schon gesagt, so woher die Zeit, aber tja, wenn man es irgendwie gucken kann oder nachträglich gucken kann, dann, da wird auch dann alles geguckt, was, äh, spannend ist. Was machst du an der Pro-M-Regelung nicht? Wir waren bei der WC auf, als sie in den Spar gefahren sind. So, und dann hast du zwei Pros und ein M. Also ich verstehe das Konzept, aber dann hast du wirklich zwei Pros, die, sagen wir mal, bis auf zwei Zehntel die gleichen Rundenzeiten matchen. Auf fast jedem Auto. Die fahren eine Stunde und wenn die dann fünf Sekunden zugefahren haben, dann ist das schon ein Riesen-Achievement, weil die kaum eher aufschließen können. Da hast du aber in der Pro- oder in der M-Wertung halt einen Fahrer, der vielleicht eine Sekunde langsamer ist, der andere ist vielleicht eineinhalb Sekunden langsamer, im ganz schlimmen Fällen hinten ist einer drei Sekunden langsamer. Und, naja, vielleicht mache ich mich ein bisschen unbeliebt, aber ich sage immer, es geht immer darum, den besten M-Fahrer zu haben. Also, dass der wirklich der Beste von den allen ist, weil da wird halt die Zeit gewonnen oder eben verloren. Und in Spar sind die Iron Dames vorne weggefahren. Da ist die Fahrerin sehr, sehr gut in dem Grid. Da sind die M-S da am Anfang gefahren und am Ende des Stints waren das, die Top 3 waren schon nahezu 20, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, riesig weit auseinander. Und diese Lücke wird dann halt schwierig einfach, wenn dann danach die Pros aufs Auto gehen, einfach zuzufahren. Und das verwäscht halt irgendwie immer so ein bisschen den Sport, finde ich. Ich finde, das ist ein solides Argument. Also ein nachvollziehbares Argument. Oh, das hört sich doch gut an. Aber deswegen hast du das ja auch eingeteilt, oder? Also jetzt bei der WC nicht zwingen, aber jetzt ist ja, also zum Beispiel Bathurst ist ja auch eingeteilt in Pro M und Pro selber. Also die haben ja dann sogar eine extra Wertung, also eine eigene. Aber aktuell gibt es halt ja nur noch die Pro M. Früher gab es ja mal die GTE Pro und die GTE M, aber das wurde ja nur noch in die GTE M umgemünzt. Vielleicht wird der Rennsport jetzt mehr Breitesport. Ha! Mal gucken. Nicht. Die M-Fahrer sind ja meistens auch nur Menschen mit einem gewissen Portemonnaie. Ja. Muss man so zu sagen. Ja, absolut. Also was da mittlerweile an Geldern auch nötig ist, um zu fahren. Das ist ja alles wahnsinnig teuer geworden. Ja, ich habe letztes Mal, ich weiß gar nicht, mit wem ich da gesprochen habe, ich weiß nur, dass die Information, die Information sehr vertraulich ist, aber was ein Auto kostet, also für ein 24-Stunden-Rennen in, äh, in Daytona. Mach mal eine Schätzung. Ein GT-Auto für Daytona. Mit allem drum und dran. Mit Fahrrad, mit Testen, mit Reifen. Alles. Boah. Ich schätze auf 180. 180.000? Ja. Aber du bist so weit davon entfernt. Oh. Licht Jahre entfernt. Licht. Licht Jahre. Als ich das gehört habe, ich kann es euch jetzt nicht sagen, weil es halt NDA ist, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, dass es Licht Jahre davon entfernt, was ein Auto in Daytona kostet. Licht Jahre. Ich habe genau dasselbe wie du, habe ich auch, ich so, naja, pfff, mir so Gedanken, 200.000 oder so. Selbst 200.000 ist Lichtjahr davon entfernt. Als ich die Zahl geguckt habe, ich so, ne. Was? Ja, wenn man überlegt, was da für ein Tross dann hinten dran ist oder je nachdem, was das dann da für ein Team ist, was sie für eine Größe haben, Catering, das kostet wahrscheinlich dann schon 30. Bei Red Bull wäre es noch viel teurer. Warum? Müssen gehen raus an das Budget-Cap- Vergehen von Red Bull. Ach, das wurde auch so ein bisschen auf Catering geschoben, dass Red Bull nicht mehr im Kostenrahmen war wegen Catering-Kosten. Ach so, okay. Ja, da stecke ich nicht so drin. Das ist schon wirklich krass, was da so, ja, was im Rennsport so an Geldern fließt, ne. Also, wenn ich mir überlege, was schätzt du, was kostet ein Gridwalk in Le Mans? Nur der Gridwalk? Boah, mich schockiert gerade, dass das überhaupt nochmal dann extra kostet. Ich war schockiert bei den Preisen von dem Merch von der WC, deswegen kostet ein Gridwalk in Le Mans 150 Tacken. 150 Euro? Ach, das ist, warte mal, ich überlege gerade, das ist ein bisschen, ist das komplett public offen oder ist eher so High Class dann, ne? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ich habe da keine Berührung damit. Du wirst mit 150 Euro Lichtjahre schon wieder davon entfernen, Alter. Als ich das gehört habe, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Also, glücklicherweise habe ich mit Formula Lena die Möglichkeit gehabt, dort zu sein, weil sie mich mitgenommen hatte als Plus Eins. Als sie mir gesagt haben, was das Ticket gekostet hat und alles, also nur die Bändchen, nicht mal im Hotel, nicht mal Essen, der ganze Shit. Also, das kann man sich auch einfach nachher gar nicht mehr leisten. Also, ich, der halt am liebsten am Ring bin, 24 Stunden überkriegen, kostet Karte 89 Euro und damit kannst du halt dann halt nicht nach ganz vorne in die Box, aber du kommst bald bis an die Boxen ran, du kannst den Gridwalk machen, du kannst den Pitwalk machen und das ist da halt alles drin. Das ist dann halt echt schon schon gut, ja. Riesenunterschied. Also, die, das Ticket was von, äh, 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 von Le Mans, das waren schon 450 Euro. Wahnsinn. Und da war nicht alles drin, also, da durftest du auch nicht mal hin, also, das ist schon, das ist schon echt krass, also WC, ich glaube, es hängt dann auch wieder davon ab, wo du, wo du so bist, äh, aber da wirst du schon echt gutes Geld los. Wir waren, ich weiß gar nicht, letztes, vorletztes Jahr waren wir bei der European Le Mans Series in Spar und die haben ganz cool gemacht, es war freier Eintritt. Echt? Konnte man überall umsonst hin. Oh, cool. Und dann wollten wir dann aber auch hier Gridwalk machen und dafür haben die dann aber, ich glaube, 20, vielleicht war so ein bisschen mehr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat dann quasi, wenn du dann den Gridwalk oder dann durch die Box wolltest, wie auch immer, dann extra gekostet. Aber das komplette Event war einfach, einfach free. Das ist ja eigentlich wie WC halt nur mit LMP2s dann halt und den GTEs, LMP3 und LMP2. Aber ist ja cool. Ich finde das auch bei der DTM so schön, die haben echt super angenehme Preise. Also die sind wirklich gut. Ist auch ein schönes Format, also aktuell, die haben sich da ja echt gut gemacht. Letztes Jahr waren Van Dreuten und ich spontan in Zandvoort. Wir haben einfach hingefahren, haben es angeguckt und beim Finale waren wir in Hockenheim. Das sind schon ganz, ganz stimmige Wochenenden dann. Ja, sind, also wie gesagt, die Preise finde ich sehr, sehr angenehm. Also ich war jetzt hier mal bei der DTM. Schon gut, muss ich sagen. Und preislich auch gut. Also du kannst ja, ich hab für 100 und ein paar zerquetschte Euro, hast ja komplett das ganze Paket. Das ist schon, das ist schon schön. Also ich finde schon, also so Rennfahren, Rennfahren selber glaube ich, das ist immer noch schweineteuer, aber Fan sein und mal Probe fahren ist schon okay. Was würde man bei euch jetzt bezahlen, wenn ihr so ein Track Day habt? Oder dieses Rennwelt Community Day? Es kommt immer ganz drauf an, was du dann da eben machst. Also für den Community Day, wir haben ja dann ein großes Fahrangebot. Also es sind dann einfach Externe, die dann ihre Fahrten anbieten. Da geht glaube ich, die günstigste Fahrt ist in der Supra los bei 90 Euro für ein paar Taxirunden. Drei oder fünf. Hab ich jetzt selbst gerade gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall, das geht dann da los. Die Drifter kosten dann irgendwie um die 100 Euro, je nachdem. Vielleicht bei einem Franz Simon 120. Und Top ist dann halt irgendwie der Rennwelt in R8. Da stehen ja dann zwei Stück. Die kosten um die 200, ich glaube 250 Euro kostet das. Das sind dann fünf Runden mit Instruktor. Also egal, ob er jetzt fährt oder eben dann Beifahrer ist. Da kosten fünf Runden dann 250 Euro. Warte mal, du darfst das für 250 Schleifen alleine fahren? Mit einem Instruktor, ja. Also der hat ja ein Käfig drin, der hat eine modifizierte Bremse, Slicks drauf und dann gibt es einmal Allrad und einmal Heckantrieb und den kann man selbst fahren. Und der Instruktor hat im Beifahrerraum wie in einem Fahrschulauto ein Bremspedal. Aber da kann dann jeder, der Lust hat, einfach direkt selbst fahren und sowas mal ausprobieren. Das ist doch cool. Und da ist auch der Vorteil, ist ja ein Flugplatz, da ist halt Wiese. Also normal ist man vielleicht auf einer Rennstrecke, ist vielleicht auch mal ein bisschen voller oder dann hat man ein bisschen Angst, will das Auto nicht kaputt machen, aber eigentlich kannst du da halt nichts kaputt machen, weil da ist halt Platz. Aber dann ist der Preis ja okay, finde ich. Ja, also absolut. Also kommt ja immer darauf an, welche Autos das sind und jedes Auto hat dann ja immer einen unterschiedlichen Kilometerpreis und das ist halt teilweise auch dann schon echt echt teuer. Wir hätten da mal die Idee, einen AMG GT4 einsetzen zu lassen als Taxi-Auto und der hätte so dermaßen dieses Budget gesprengt, weil der vom Kilometergeld, was so Unterhaltskosten von so einem AMG GT4 angeht, so exorbitant hoch ist, dass du da einfach mehrere hundert Euro einfach verlangen müsstest, dass das wirtschaftlich einfach gar keinen Sinn macht. Ja gut, aber R8 fahren ist doch jetzt auch nicht schlecht. Also einfach mal nur, glaube ich, so dieses mal wirklich sinnlos reintreten und zu gucken, was da passiert, das ist doch schon ganz nett. Am allerbesten mit Coach Schuben neben dir als Coach. Das ist, damit der auch mal die, das Gesicht verzieht. Schöne Grimassen wie im Stream. Macht er das, ja? Hat er einen Helm auf, also wir müssen eigentlich mal mehr Kameras reinhängen, permanent. Aber Niklas dann zum Beispiel auch einer von den Instruktoren, der dann da als, als Beifahrer oder vielleicht dann auch mal als Taxifahrer dann da aushilft oder auch die Events betreut. Huben ist Instruktor auch schon, ja? Ja, ja, Huben ist da auch schon reingewachsen. Ist der zügig? Real life? Der kann das auch schon, der kann da gut am Lenkrad drehen, absolut. Der gute Mann hatte ja auch mal einen Porsche GT3 Cup Test. Hat er gehabt, ja? Ja. Ui. Aber war er halt nicht bestanden? Durchgefallen. Ne, weiß ich nicht. War irgendwie in seinem alten, alten Team. Achso, okay. Glaube ich. Auf jeden Fall hatte der da mal die Möglichkeiten, da ein bisschen zu fahren. Das würde ich ja Hubi auch ein bisschen gönnen, ne? Das ist einfach so eine, so eine gute Seele, der Boy. Ja, absolut. Also absoluter Top-Typ. Verstehe mich auch sehr gut mit dem. Und, äh, ja, kommt hier auch aus der Ecke. Also wir essen sehr oft, ähm, Rippchen zusammen. Echt, ja? Der Kumpel macht immer Rippchen und der fragt auch immer, wann Rippchen. Ich meine, jetzt sind wir im Team, jetzt haben wir sowieso noch ein bisschen mehr Kontakt, aber auch davor war schon immer sehr viel Kontakt. Und dann gibt's zwei, dreimal im Jahr bestimmt gemeinsam Rippchen. Oder wir besuchen Gammel dann zu Hause. Haben auch schon mal Überraschungen, also zu seinem Geburtstag irgendwie dann überraschend sind wir da hingekommen. Das war mit seinem Dad abgesprochen. Da war zum Beispiel auch ein Niklas dabei. Kommt dann einen Jansky, einen Van Dreuten, einen Niklas. Die ganzen, die ganzen Online-Freunde kommen dann vorbei. Und dann sitzen wir da. Mega witzig. Das ist doch cool, dass ihr euch da so gefunden habt und dass das bis heute noch hält. Das ist doch richtig schön. Also das ist ja, das, das freut mich auf jeden Fall, dass, ähm, dass ihr da so verfahrt. Aber jetzt möchte ich ehrlich gesagt, du hast vorhin mal was angeteasert. Jetzt möchte ich ehrlich gesagt wissen, was mit dieser Van Dreuten-Nummer ist hier. Du hast das vorhin angeteasert. Ich hab das angeteasert. Ja. Wie Dreuten sich hier einlädt. Ach so. Na, also, es war ja immer, oder ich hab ja zumindest über Jansky dann, äh, erfahren, dass man sich auch Leute hier nicht wünschen kann, aber die man, die man empfehlen könnte. Ja. Und, ähm, ich würd da den Jonas mal empfehlen. Ich mein, der hat auch noch so ein paar Geschichten, der hat vielleicht auch noch so ein bisschen die G9-1-Geschichten von früher. Ich mein, der kommt ja mit aus dem Zeitraum. Dann haben wir ja so einen kleinen Bruch, da war dann ein bisschen weniger. Mittlerweile haben wir uns da ja wieder ein bisschen, ein bisschen gefunden und verstehen uns da wieder ganz, ganz gut. Und mit dem sind wir auch immer am Ring. Mittlerweile macht er da ja Fotografie. Der fährt ja, fährt für Karl Krämer oder ist für Karl Krämer ja auch hier DNLS gefahren in iRacing. Und der Jonas ist halt mittlerweile im Porsche GT3 Cup in iRacing auf der Nordschleife auch ein absoluter Top-Fahrer. Vielleicht dann gerade mal aus dem Bereich dann da ein bisschen zu erfahren. Das, äh, ist, glaube ich, ganz spannend. Ich wollte dir die Frage stellen, was wäre denn der Mehrwert, äh, für Van Reuten, aber das Schöne ist, das hast du ja selber mit, ähm, mitgesagt. Und ich hab so das Gefühl, äh, Jan, du rufst hier gerade ein neues Segment in diesem Podcast hervor. Und dieses Segment heißt, das Segment heißt, ich empfehle dir meinen Kumpel oder meine Kumpeline. Je nachdem. Und ich glaube, das werde ich jetzt, das werde ich jetzt am Ende jeder Folge werde ich das, äh, mit einbauen. Und das finde ich gut, Jan, dass du das mitgebracht hast. Janski hat das begonnen, ihr macht ja immer Väter in Wirtschaft, dadurch, dass ihr ja, ihr seid ja dicker alle, ihr macht alle Väter in Wirtschaft. Und ich weiß auch, dass ihr darüber redet, wenn, wenn ihr, wenn, wenn ihr nicht im Podcast sitzt. So ein bisschen. So zwischendurch mal hier und da. Also fangen wir dieses Segment jetzt an und jeder Gast darf ab heute, ab dieser Folge von Jan Biermann einen Freund empfehlen. Ob das nachher so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber, das Gute ist, scheinbar in eurem Universum, ihr fangt dann an, euch immer selber einzuladen, was gut ist. Was ich spitze finde. Ja, sehr gut. Also, ich hab ja auch schon gesagt, es ging ja darum, du hast ja gesagt, du wolltest diese Geschichten vielleicht haben, die im Simracing vielleicht gar nicht so durchkommen, die es aber von früher halt gibt. Und deswegen wurde ich da hellhörig. Deswegen dachte ich, meldest du dich mal. Das ist ja Sinn und Zweck dieses Podcastes, die Menschen mal kennenzulernen oder die E-Sports mal kennenzulernen, dass wir nicht immer nur sagen, Biermann ist schnell oder Huben ist schnell, sondern warum sind die schnell, wo die herkommen und das ist ja der ganze Sinn und Zweck dieser Geschichte hier. Ja, absolut. Ja, Huben ist ja jetzt verbrieft auch schnell. Der ist ja jetzt frischgebackener Champion. Das stinkt eigentlich, nee, nicht das stinkt, das riecht nach einer weiteren Folge. Wie fühlt man sich als Champion? Aber, da wir Huben schon hatten, könnten wir auch einfach mal Tobi Schmobi einladen. Aber ob der die Lippen, ja, na, Pfefferschmeffer, ob der die Lippen auseinanderkriegt, weiß ich nicht. Der schien mir sehr ruhig, als ich ihn getroffen habe. Erinnerst du dich, als wir, dass wir in 20er gefahren sind auf Feathers und er abends betrunken zurückkam? Du solltest den betrunken einladen. Oh, stimmt. Ich bin doch mit Pfefferschmeffer schon gefahren. Tobias Pfeffer, schleib mal in meine DMs. Ich möchte den frischgebackenen Champion oder einen der frischgebackenen Champions im Podcast haben. Geil, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Okay. Weiß ich auch noch. Da wollte der nachts noch ins Auto. Ja, aber er ist doch noch gefahren, oder nicht? Erst in der Früh morgens. Ach ja, stimmt. Da war er dann wieder nüchtern. Irgendwer hat ihn ins Bett geschickt. Aber geil. Stimmt. Pfefferschmeffer. Na ja, dann werden wir uns mal ein Pfefferrad machen. Aber Jan, du kennst das Segment mit dem Kommentar-Battle? Ich bin ein bisschen vertraut. Okay, ein bisschen vertraut. Pass auf. Es ist ja so, wir haben hier, wir sind ja alle Racer. Wir haben alle was mit Racen zu tun und wir wollen ja auch alle immer aufs Podium und wir müssen immer gegeneinander kämpfen. Aber hier geht es nicht darum, wer am schnellsten fährt, sondern wer einfach eine richtig bullige Community hat. Und hier geht es darum, Kommentare anzusagen und zu gucken, ob man die schafft. Jansky übrigens mit Bravour. Also wirklich, eins plus. Ich weiß nicht mehr genau, ich muss demnächst und ich setze mich da auch mal ran, ich muss das Ranking mal machen, was wer gesagt hat, weil wir haben zwei Klassen. Wir haben AM und Pro. Wir müssen ja die Content Creator ein bisschen ihre eigene Suppe kochen lassen. Aber Jansky hatte irgendwas knapp über 100. Jansky hatte knapp was über 100 Kommentare gesagt gehabt. Und jetzt ist es ja so, du kannst jetzt in dich gehen, Jan, und du mal so ein bisschen das mal quackern lassen und dann sagst du mir einfach eine Zahl und wenn du die bestätigt hast, dann wirst du eingeloggt. Also dann stehst du im Ranking drin. Menschen, die ihre Zahlen nicht schaffen, kriegen DNF. Ist halt aktuell so, also das läuft auch nicht auf Ewigkeiten. Also man lässt die Folgen natürlich ein bisschen draußen so. Aber dann gibt es eine DNF und dann, wenn du eine DNF hast, musst du nochmal, musst du, bist du verpflichtet, nochmal wiederzukommen. Und dann darfst du am Ende nochmal eine realistische Zahl sagen. Spielregeln. Das sind die Spielregeln, die es aktuell gibt zum Podcast. Okay, dann gehen wir rein. Möchtest du Jansky schlagen? Ich möchte Jansky immer schlagen. Okay. Und besiegen auch. Ich gehe für dich extra auf die Suche. 107. 107 Kommentare wollte er haben und die hat Jansky auch geschafft. Oh! Doch, die hat Jansky, doch, die hat Jansky geschafft. 107. Wenn ich jetzt einen Tag ein Konservativer bin und man die erreicht, ist gut. Oder wenn man drüber geht, ist es genauso schlecht wie drunter? Oder wie sind hier die? Naja, also ich sag mal so, du willst ja Jansky schlagen, oder nicht? Dass ich mehr Kommentare erreiche? Ja, dann müsstest du ja mindestens 108 haben, damit Jansky im Ranking unter dir ist. Weil wenn du jetzt sagst, du hast 103 und du bestätigst die, dann bist du drin. Aber du bist halt hinter Jansky. Eifer flucht. Ach Freunde, ich hätte so gerne die 69 genommen. Die hätten bestimmt wir alle unterstützt. Aber wir müssen jetzt leider dann auf die 108 gehen. Sei doch einfach clever. Nimm doch einfach die Doppel 69. Oder die 169. Oder die 169. Die Frage ist ja, wie viel Rücken hast du? Das musst du dir ja immer überlegen. Wie viel Rücken hast du, Jan? Also bist du so eine, du musst dir ja, guck mal, denk mal an die ganzen Fahrschüler, die du hattest so in deiner Academy, ob die dich alle sympathisch gefunden haben, ob du so in der Community der Brenner bist, wo die Leute sagen, ja Jan Biermann, Alter, da ist mein Mann, da ist mein Mann, da gehe ich rein. Ja, ich kämpfe ja nicht mehr so an vorderster Front. Ich bin ja auch nicht mehr so fahrerisch aktiv oder streamerisch. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Support wir da noch haben. Aber wir nehmen jetzt die doppelte 69 und versuchen 138. 138. Community da draußen. Also ich bin dafür, wirklich, dass Jan Biermann, Janski einfach mal zeigt, wo der Pfeffer hängt. Und ich meine nicht Tobias Pfeffer. Wie damals in Raceroom. Grüße gehen raus an Janski. Alrighty. Rivalität ist da. Okay. Ich sehe schon das Antwortvideo von Janski auf diese Aussage. Aber lasst uns 138 Hütten voll machen. Für Jan Biermann. Eieieiei. Das ist, ähm... Gefährlich. Spiel mit dem Feuer. Spiel mit dem Feuer. Aber du, wenn das Ding durchgeht, ass rein, dann bist du auf jeden Fall gut dabei. Gut dabei. Ich sehe dich da. Da muss ich die ganze Rennuni animieren. Es sind vor allen Dingen, kann ich dir immer empfehlen, also gerade bei diesem Minigame, gibt's wirklich fantastische Kommentare, wo wirklich Leute auch sehr, sehr schöne Ideen haben, das zu verpacken, diese 139, nee, 138. So was wie, ich bin letztens mit 138 hinter einem LKW auf der rechten Spur gefahren und hörte diesen Podcast und solche Sachen. Ja, ich bin auch für Tempolimit 138, aber was machen wir für Außerorts? Gut, gut, solide, solide, solide. Würde ich dir die Reifen zerstechen? Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ich denke, das müssen wir hier nicht aufmachen. Jan, eine Kleinigkeit gibt es noch in diesem Podcast. Und zwar, und ich gebe dir jetzt auch genug Zeit, nachzudenken, der Gast schließt den Podcast ab. Das heißt, du hast hier die letzten Worte. Es gibt hier kein Limit. Du kannst hier alles erzählen, du kannst alles bewerben, außer Kokain, also logischerweise Drogen etc. pp. Bier ist noch in Ordnung bei deinem Namen. Ich habe ja gehört, du bist hier der Bierkönig quasi. Spaß, Kleiner, nicht warm. Aber du hast gleich die Möglichkeit, deine Mama zu grüßen, deinen Papa, Rennwelten, was auch immer, weil ich beginne jetzt hier die Folge abzuschließen und du machst den Laden dicht. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Gut, dann sammle schon mal deine Worte. Jan, schön, dass du heute hier im Podcast warst. Hat mich sehr gefreut. Wir sind ja schon zwei Rennen zusammengefahren, wenn ich mich recht entsinne. Ja, wir sind zwei 24er sogar zusammengefahren. Im letzten war es, ich erinnere mich wirklich dran, als wenn es gestern gewesen ist. Denn es war zu einer Zeit, da war es sehr, sehr kühl, winterlich. Und wir haben dich umgetauft, mitten in der Nacht, aus Spaß in Weinmann, weil du an dem Abend Wein getrunken hast, wenn ich mich recht entsinne. und nicht Biermann. Und das war sehr witzig. Und heute bestätigt sich das eigentlich, dass du scheinbar ein sehr feiner Kerl bist, den ich hier mal kennenlernen durfte und du auch sehr verwurzelt bist in dieser ganzen, ja, sag ich mal, in der deutschen Szene und vielleicht auch ein bisschen in der internationalen Szene. Dankeschön, dass du das alles mit uns geteilt hast. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder und drück dir die Daumen für 138 Kommentare. Ciao Kakao von meiner Seite. Ja, erst mal vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß bereitet und ich würde als allererstes gerne den Opa grüßen, der einfach alle YouTube-Videos guckt und mich da einfach immer verfolgt und mich dann auch immer mal drauf anspricht. Das finde ich echt super, genauso wie die Family. und natürlich auf alle, die mich irgendwie auf dem kompletten Werdegang, über den wir hier gesprochen haben, mal begleitet haben oder mir begegnet sind, ob es meine Teamkollegen von früher sind oder ja, jetzt die Jungs aus dem E-Sports-Team, aus der Orga, aus den ganzen Communities, also alle, die das quasi ermöglicht haben, dass ich halt das, was ich so sehr liebe hier im Rennsport und digitalen Rennsport einfach so machen kann, wie das jetzt geklappt hat. Das macht mir sehr viel Freude und ich hoffe, ich kann euch da noch ein bisschen zurückgehen.